und ich habe keinen plan wie ich hier rauskommen soll ich habe grüne erbsen ich bin 50 und 60 ok mit dem Walden ich glaube ich bin schon wieder tot ich bin auf B3 ah bei der ganz großen Siedlung bist du da unten auch? ne ne ich bin wo bin ich denn ne ich bin in die Hand ich bin B3 ja auf den großen Fleck wo die rote Linie ist genau da hinkommt da bin ich ja da bin ich ach ja ich bin ja damals hingelaufen ok dann komm ich ach ich sehe ja die Mauern schon das heißt du bist doch ach das war doch damals wo wir alle verschwunden haben da drinnen genau wo ihr alle gestorben seid außer ich nicht die große Mauern ach ich sehe die Silos und den Kran da drinnen wenn dann bin komm ich unten raus willst du denn lieber rauskommen oder soll ich lieber reingehen? lass mich raus lass mich raus lass mich rein ich bin halt jetzt schon sehr weit runter gegangen ne aber das muss nicht deiner sein ne 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 sag mal genau wo du steckst bei dem also ich bin jetzt direkt an der roten Wand da wo die rote Linie losgeht genau da bin ich genau da bin ich dann siehst du ein ja ich sehe vor mir sehe ich ein Silo dann sehe ich ein Kran hinter mir und zwischen dem Kran ein Silo du bist bei der großen bei der roten Linie wo sie endet an dem an dem an dem Gebäude genau genau auf der Seite bin ich jetzt auch ich bin eigentlich genau bei dem Eingang oh 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 hat er dich gesehen? weiß ich eben nicht mich oder mich ah der guckt zu mir ok der läuft bei der Schiene rum ich versuche mal das Tor zu gehen und hoch in den Häuschen also ich bin direkt Kran und Schiene hier ist so ein großes Backsteinhaus halt also bei mir kommt jetzt leider der Roboter mhm da läuft jetzt weg der eine ne am Kran also einer kommt wieder ich höre ihn sag mal lauter ich höre ihn laufen ist es der wo du auch hörst? ja der hinten läuft doch der kommt zurück ich höre ihn weg scheiße ich komm rein ich glaub das ist der einzigste der läuft ich bin hier irgendwo ich gehe jetzt im Güterwagom rein mhm ich bin im Güterwagom drinne ok also ich bin jetzt im Gelände drinnen da hinten läuft dann lass du da sein wie du hörst du einen bei dir laufen? hörst du einen bei dir laufen? da wo ein Güterwagom ist da wo ein Güterwagom ist hier ist auch ja hier ist auch iiii der wo ein Güterwagom ist hier laufen zwei rum scheiße ich versuche hinten raus zu gucken das sieht ganz aus aus dem Gelände ich bin schon nein nein rennen nein rennen Aaaaaaaaaaah! Lebst du noch? Jaja, ja. Ich muss hier weg, ich bin so im Haus Auf der Base Ja, in der Base Okay, ich glaube, das ist der einzigste da drüben Wo bist du denn, Mario? Nein Ich bin hier drin Ich höre dich Wo bist du? Hi Juhu Da ist er wieder Jetzt können wir sterben, wir haben das Paradiese gesehen Bist du es überhaupt? Ja Wird ein anderer sein Hinten nicht nur was Hier liegt ein Messer Und ein Magazin Ziehen wir auch Ah, da brauchst du eigentlich alles für, ne? Ich brauch alles für Da unten liegt... Ja genau, ein Messer Ähm... Ein Clan, wie war das mit dem Clan? Ein Clan war... Einmal drücken und ich muss dann... Genau Ja, ich seh den Namen Jetzt heißt er, okay Charlie Also eigentlich bist du mal... Noch mal in das Haus rein, ne? Für dich Guck mal in das Haus rein, ne? Für dich Guck mal in das Schüppeln Das ist zu gefährlich wegen den dreien Ist der hergeflümmert hier? Ja, die Tür waren auch schon aufgewiesen Hör auf, der kommt zurück Der einzigste da drüben läuft Oh Auf die Ecke Auf die Ecke Auf die Ecke Das ist eigentlich schon mal was für dich, oder? Ne Hä? Also hast du auch keine Rucksack, ne? Na gut, oder? Aber du triffst dich nicht mehr Wie sieht das hier aus? Wie sieht das hier aus? Hör mal rein Hör mal rein Ich weiß nicht, ob es drüber weiter läuft Ja, auch da Ja, der kommt direkt hierher. Das Einzige, worauf ich mich da auf der Achte habe bei meinem Monitor, ist, dass der keinen eigenen Saum hat. Okay. Guck mal, was wir uns tun, mal Kopfhörern. Ja. Ich kann das nicht. Das kann ich nur machen, wenn ich ganz allein... Achtung, zurück! Okay, der läuft bis vorn hin nur und dann läuft er zurück. Wie heißt er? Gott, der sieht aus wie er... Bitte, umdrehen! Fünf... Fünfzig Euro liegen hier, Euro-Paletten hin. Also, schnell neben. Hä? Schnell die Euro-Paletten hin. Fünfzig! Wir handeln mit Schmutz an die Euro. Wir tauchen mit 25 gegen 25 Euro. Was ist jetzt? Wohin? Ich bin hier drinnen. Ah! Drinnen! Achso, du musst bremsen mit dem Rad. Achso, der hält gar nicht an. Oh, das sind Bären. Achso, der kommt gleich. Scheiße! Mami! Es geht! Da oben? So, ja. Nee, ja. Das ist eine Tür, ne? Hinten sie. Guck mal. Ich habe halt keinen MSI-Technik. Okay. Ja, doch, ich kann schon wieder Real-Technik. Da müsste gleich wieder kommen. Das ist runtergehauen. Ich müsste eigentlich nur ein Bio-Soptie laufen. Das ist ein Bio-Soptie. Das ist ein Zombie. Okay, der kommt. Wir sind. Ach, der läuft gerade mal hier. Was nie passieren darf, ist Stromausfall. Fantastisch. Hä? Stromausfall? Wenn du gerade in der Zeit, wo du ein Bio- Oh, das ist ja hier, du. Gerade wenn du ein Bio-Soptie machst, darfst du niemals einen Stromausfall. Achso. Kappen, oder? Ja. Oh, oh. Trieb auch einer. Wir sind am Arsch. Mach dich, Kleine. Alter, der andere ist noch. Komm, du willst mich. Ah! Ich bin mit der Ecke. Ich bin mit der Ecke. Können wir nicht einfach durch den Dienst wegrennen? Nein. Ich bin mit der Ecke. Ich bin mit der Ecke. Ah! Was ist denn da? Ah, die Segel kommt hier rein. Ich habe ein Stück zu. Der Wasserkühler. Der Wasserkühler läuft noch rein. Es geht nicht weiter. Wir können uns doch den Arsch rausgucken. Lass uns hier verschwinden. Da unten läuft der auch weg. Komm, ich habe Energie Null. Ich kann nicht mal rennen, Mann. Hier kann ich... Okay, läuft vorbei. Okay, läuft vorbei. Er guckt hier rein. Okay, läuft weg. Lass uns hin. Ruh dir hier zurück. Ja, zurück. Wohin? Raus hier. Raus hier? Ja, ich brauche mal Ruhe. Krass, du. Ah, hast du mal zu machen? Krass. Das ist doch auch nicht. Ich brauche auch zu essen jetzt, komm. Ich gebe gleich eine Nudel lieber. Nein. Na, Dinger. Perfekt. Alles grün. Oh. Aber ich bin dünn oder... Ich bin da hungrig oder... Engin ist mir über mir. Da habe ich... Können wir hier die Straße lang laufen? Ja, die Schienen. Haben sie eigentlich einen Zoll nicht weggemacht? Nee, nee, oben waren welche. Ist das keine Pilze? Ja, wenn du welche hast, sagst du weiter. Ich so. Oh Gott, hier kommt ja gar nichts. Bis unten hin. Hm? Hier kommt nichts mehr. Anstatt. Doch, dann wurden wir aber was. Über der Linie folgen. Das stimmt auch wieder. Ganz unten. Komm, gehen wir runter. Okay. Wir sind Walking Dead jetzt hier auf dem Shield. Genau. Boah, nur was zu essen. Hier wachsen ja auch keine Pilze. So ruhig. So leer. Ja, aber ich... Ja, aber ich... Ich gebe mir diese Walkings mal an. Aber wirklich? Winter war das. Genau. Schönes Wetter. Herrlich. Ich habe vorhin angeguckt. Ich habe hier ein Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider. Kleine, oder? Alter, die Grafik, ey. Das ist ja eine Bombe. Da drüben ist ein Haus. Oh ja. Also es ist ja echt eine Bombe von früher. Von 96, wo Tom war der erste herausgekommen. Boah. Auch hier eckig, die kleine Busen, Leute, so riesen, mega. Ne, früher so riesen. Früher, weil sie so eckig waren. Das war nur so lustig, wenn sie vom Felsen gesprungen sind, weil sie direkt an ihre Möpse... Oh! Genau. Die Kuhlentüten lässt grüßen Platz. Oh, der Handstand gemacht hat immer, ne? Beim Hochziehen. Ja, das ist ja ein Trick gewesen. Das war ja ein Täter. So, dass man unter dem Rock gucken konnte. Die Videospieler, die Leute, sie kümmern mit deinem Herzen. Ja, kein Problem. Hab gar nicht gesagt. Ich find das so geil, so ab. So, so. Abseilzäuser. Das stimmt. Oh, ne Trinkflasche. Ich wollte irgendwas Großes machen. Irgendeine Klamotte. Geil. Das heilt sich so gut. Was ja alles so reingehört. Dass du Rüben nehmen kannst. Das hast du... Hammer. Ich pinkel mal ganz kurz, ja. Ich muss mir auch noch aufhäten. Ich will sogar ein Schemel einfach, wenn du einfach ein Torhüter fängst. Das ist schon geil gemacht. Vor allem als Open-Door-Spiel. Überleg mal. Riesen-große Welt. Das wird ja noch besser. Wie viele Details. Und das wird ja noch besser. Ja. Das wäre hinter. Naja, in ein paar Jahren sagen wir dafür so, iiih, mit sowas haben wir früher gespielt. Ja, heute ist das ja, heute ist... Bist du schon hoch gewesen, oben gewesen? Ne, noch nicht. Ich bin nur draußen. Tua. Für Müll! Bist du gar nix, oben! Es dauern. Kein Katon, wo ich... Ich lass' ne geil ausstecken. Wollen wir schieben was? Energie nötig. Hier ist nichts. Ich tu, hä? Also wir könnten das gerade runterlaufen, dann kommen wir auf ne Ortschaft. Ja, wir haben jetzt mehr Glück gehabt. Ja, aber nicht den Weg. Auch wieder rüberspringt man. Wie das so geil? Das ist nicht einfach so, rups, rüber, so ewig, so, sondern wirklich, so geht man über den Zaun. Obwohl ich im echten Musik gar noch nie so viel überbraten bin. Naja. Habe ich noch nie getraut daran. Ne. Na, wir sind zu alt. Wollen wir wahrscheinlich alles brechen. Das ist auch, wie gesagt, bei Tomb Raider. Wenn sie da so spricht und sowas, ne, die Szenen. Waren sie doch keine Mimiken und sowas da drinnen, weißt? Absolut. Du wart mal ab, wenn Reddick... Das ist ja nur ne Blästchen. Das ist ja nur ne Blästchen. Aber der ist so detailliert, dass... Ja, ich steh mal so auf... Also auf die Grafik leh ich mich nicht fest. Es muss einfach... Spielerisch muss es gut sein. Ja, es muss beide. Ja, es muss beide. Ja, es muss... Recrevention! Boah, das wird der Hammer des Jahres, glaub mir. Der erste Teil schon... Der erste Teil war ja schon... Ich bin ja heut noch. So schlechte Grafik. Iiiiih... Ich find auch das Beste und der Ding ist so geil. Ich mag es besser sind. Das stimmt. Diese Sau oder so. Was hast du zu mir gesagt? Coil rauszun, bumms, wegschließen. Da gibt's nicht... Oh, ich muss nicht fühlen, nur so... Ja, das ist geil, die Wahlzeit. Ist das Multiplayer, ne, ne? Doch, doch. Am 1. November kommt es. Jetzt am 28. Oktober kommt es offline raus und am 1. November wird es online gespielt. Aber nur Xbox und Playstation. Krass. D-Version kommt etwas ein halbes Jahr später raus. Wegen der Performing. PC-Version? Ich hab das erst... PC-Version. Kommt auch diesmal, ja, ja. Haben sie schon angekündigt. Nice. Den ersten Teil gab's ja nicht auf dem PC. Gab's nie. Was ich nie verstanden hab. Ich mein, die könnten ja auch die PC-Version erstmal so schlecht, in Anführungsstrichen, schlecht lassen, wie die Wersion später noch nachrüsten und Grafik ablau machen. Naja... Aber... Was ist das? Ist das gestell? Ist das gestell? Oh ja! Da unten... Da sind Bären. Was? Bären. Naja... Bären. Bären. Yes! Fühlt zwar nicht gegen den Hunger... Das Leben ja auch. Aber in Noten kriegst du gar nicht mehr. Ist das. Oh, hier ist auch schon was. Bestimmt. Was stehst du? Guck, die Schrauben an die Mütter... Mutter... Was sind das, 35er, 40er? Da reicht 19er, 1er, schließlich nicht mehr. Was ist denn das? Das ehemalige, ne? Das sieht aus wie so'n Sendeturm, oder irgendwie. Na ja, oben sind zwei Zwecke. Oben sind zwei Lichter, die leuchten sogar. Die drehen sich sogar. Kim! Ich renne hier nur mit der Schippe rum, hast du im Asset-Kirche? Ähm. Zweite Fläche? Das oben? Ne? Eine halbe Mauer hab ich doch nicht. Ach ne. Man hat immer noch Energie. Irgendein Döner oder so. McDonalds. Gibt's hier keine McDonalds noch nirgendwo? Da schien Kohle da an. Was ziehst du hier so rum? Hm? Was ziehst du hier so rum, hier? Ok, pass mal auf hier. Ich hab ne Knarre für dich. Hast du auch nen... ...freien Slot für Munition, ne? Was ziehst du hier rum? Ja, aber ich kann die Eisenbahn drauf... Ok, ich leg's mal raus. Das ist genau hier. Willst du die Munition auch haben? Das geht ja. Ich leg's mal da hin. Voll hingestellt so. Ah, die hat schon fünf Schuss drin, ne? Uh. Das geht ja. Ich hab' keine Umgebung. Das ist saugeil. Und jetzt muss ich die R oder die A, wie.. Die gleiche. Ja. Darf ich gar nicht Wie war das? Hm? Wie war das? Keine Ahnung Du hast doch Munition drin Die sind schon drinnen? Ja, 5 Schuss sind drinnen Und 5 hast du extra jetzt Achso, bisschen gelingt Na ja, okay, okay Aber 10 Schuss von der Waffe Kannst du mal ziehen aufnehmen? Hast du ein bisschen Platz für dich? Ich habe ein bisschen Platz, ja Neben dir Hast du die einzelne, wie liegt der da? Willst du ein bisschen da warm nicht? Nee, nee Erstmal nicht Also ich bräuchte eigentlich nur einen Zombie, um Klamotten zu kriegen Weißt du das? Vielleicht kriegen wir einen Zombie kalt Geil Achso, hier ist die Ortschaft hier unten